Nach vier sieglosen Spielen im Oktober konnte sich der FSV Mainz 05 am Samstag über ein 2 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg freuen. Einer, der gegen die Wölfe richtig gut spielte, war ein Neuzugang der 05er. Auf ein Wort mit Dani Latzer. Den Dortmunder Sieg im Revierderby fand ich? Verdient. Bei mir läuft es gerade so gut, weil? Ich mich gut fühle und Spaß am Fußball im Moment habe. Deswegen finde ich die Länderspielpause? Gut, weil man da ein bisschen regenerieren kann. Wenn Fabian Frey zurückkommt? Dann freue ich mich. Und morgen am 11.11. werde ich? Morgens trainieren und nachmittags mich ausruhen. Und nicht zum Fastnacht gehen? Mal gucken. Alles klar, danke. Das war es vom Bruchweg. Bis nächste Woche. Tschüss.